Schwanzgeflüster Hallo, moin moin, guten Tag. Hier sind wieder Erna und Willi mit der neuen Folge von Ü70. Wartet ihr bestimmt schon lange drauf. Das Katzenkacke-Orakel Wie soll das Orakel denn aussehen mit Katzenkacke? Von der Farbe her? Also bei Grün wird das Wetter schön oder was, wenn sie grüne Kacke hat. Und wenn sie schwarze Kacke hat, dann stirbt jemand das. Ich habe gedacht, das hat was mit Sex zu tun. Mit Sex? Wird er mit mir gehen? Ja, vielleicht. Ach so meinst du. Ja, aber nach welchen Kriterien? Wenn das bröselig ist, dann geht die Beziehung in den Eimer. Und wenn es... Wenn es Katzenkacke hat. Oh ne, es ist ja eklig. Das Thema gefällt mir. Eklig finde ich das sowieso. Ne, ehrlich du. Absolut. Schwanzgeflüster. Für uns Mädchen und Frauen ist das ein, wie sagt man, ein Wort No-Go. Was man nicht in den Mund nimmt. Absolut nicht. Also als... Das Wort schon gar nicht. Kind oder Jugendliche. Da hat man vielleicht gesagt, da unten rum. Oder sein Ding da. Ja, ja, das stimmt. Also meine Gedanken gingen in eine ganz andere Richtung. Wer mit seiner Katzenkacke so umgeht, bei dem könnte ich mir vorstellen, dass der auch so einen sprechenden Dildo hat. Oder so. Dass der flüstert. Oder stöhnt vielleicht sogar. Und dann kann sie mitstöhnen. Finde ich ein bisschen peinlich, was du erzählst. Aber ich habe gedacht, es ist wie bei diesen Pferde- oder Hundeflüsterern. Dass sie nämlich... Dass sie nämlich flüstert und sagt, du kannst das. Mach doch. Mach nicht schlapp. Du wirst schon bringen. Klar, ein Schwanzflüsterer. Nein, eine Schwanzflüsterin. Eine Schwanzflüsterin. Damit man hinterher wieder reiten kann. Oh Mann, nee. Der war jetzt ein bisschen... Jetzt wirst du aber wirklich... Ja, das liegt an dem Thema. Mach's dir selbst. Ja, alles klar. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Kann eine Anleitung zum Schneidern oder Backen sein. Das ist natürlich möglich, aber... Oder zum Heimwerkern. Ach du Elend. Ja, zum Heimwerkern. Das wird es sein. Wie baue ich ein Schuhregal? Wie baue ich ein Katzenklo? Ich versuche einfach da mal ein bisschen drüber hinaus zu kommen, über das, was man da natürlich als erstes denkt, aber... Weiß ich nicht. Fällt mir bei der auch nichts ein. Es sei denn, man soll sich eine Katze kaufen und selber die Kacke untersuchen. Das ist natürlich möglich, dass sie auch das meint. Ja, das war's wieder für heute. Wenn ihr einen interessanten YouTube-Kanal kennt, also schreibt uns davon. Wir sind interessiert. Wir kommentieren das gern. Vielleicht fällt euch ja auch noch irgendwo was Witziges auf im Netz. Und wenn es euch gefallen hat, dann schenkt uns euren Daumen. Ü70, die ältesten YouTuber Deutschlands.